Und hier sind wir bei Part 2 der netten Portal angelehnten Map. Die heißt dieses Mal, glaube ich, Corporation. Oder die Corporation hieß sie vorher, egal. Portal angelehnte Map. Ja, halt rätselmäßig. Und wie ihr gerade gehört habt, Rainn ist wieder mit dabei. Hallo. Wir werden versuchen zu zweit diese Map hier zu meistern. Und unsere schöne Englischkünstlerin versucht jetzt hier wieder uns die Schöner beizubringen. Oh, hello there. I didn't see you come inside. May I ask you how you managed to enter my facility? Well, let's put the past behind us. It means nothing. Okay. That you're here is all that really matters. You can toggle any of my buttons or levers. Just please try to refrain from breaking anything. Unless, if you find anything while wondering about, you may do it as you wish. My little present to you. The both of you. And by the way, I love sponges. Hint, hint. Ja, die guten Schwämme. Spongebob. Ich mag Spongebob übrigens auch. Und hier, was haben wir in der Kiste? Oh, das ist schon ein Spongebob. Futter und ein Spongebob. Ich würde ja gerne die Steaks mitnehmen. Nimmst du dann die? Das war so klar. Dann nehme ich auch den Spongebob. Dann nimmst du den Sponger auch mit. Warte, ich setze mal kurz die Time noch. Team is set. Wann? So, damit das Licht ein bisschen schöner ist. Room one. It takes two to enter. Sollen wir? Okay. Dann geht's mal los hier. Auf geht's. Ich hab'n Raum mit ganz vielen Schaltern. Room two. Compatibility test. Compatibility test. Oh, Levers. Feel free to toggle them. Jiggle. See the glass over there? Don't touch it. Ähm, ich mach' mal hier einfach ein bisschen an den Hebeln rum. Ja, ja. Passiert da was bei dir? I don't knuff. Ich mach' mal alle auf runter. Nee. Ähm, dann setze ich die jetzt mal alle hoch. Nee, bei mir passiert nichts. Gar nichts? Nee. Oh, da ist ne Kiste rum. Noch ins Bongo. Ähm. Hab' ich hier was übersehen? Ich mach' die mal abwechselnd. Zwei hoch, zwei runter. Ach so, ganz links oben. Wahrscheinlich passiert da gerade die ganze Zeit was, wie du hast es nur nicht mitbekommen. Nein, es passiert nichts. Nur, ich hab' hier ne bestimmte Schalterreihenfolge. Ah, sag' mal an. Ganz links oben. Ganz links oben, ja. Unten. Ja. Unten. Ja. Oben. Ah. Die Work. Oh, ich hab' Lava und... Steinscher. Room three. Please turn off the machines. Please turn off the machines when not in use. Ähm, ich hab' da'n Sch... Ah. Du fährst bei mir hoch und runter. Also, Sachen. Ich mach' gar nix. Doch, du drückst den Schalter. Nein, nein, nein. Das macht der automatisch. Oh, dann hab' ich den... Ich warte, ich drück' mal bei mir den Schalter. Oh, fuck. Da muss ich vorbei. Ah, warte mal. The room may burst into flame. Sorry for the trouble. Ähm, ich hab' bei mir gerade... ...Flammen ausgemacht. Warte mal, da ist ne Kiste freigesetzt. Sometimes the room sets on... Oh, fuck, 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 fuck. Ich seh' nur deinen Namen. Warte, ich mach' nochmal kurz an, weil ich da Flammen ausmachen muss. Ach, ne. Die Flammen sind auf... Hä? Da waren die Flammen aber gerade irgendwie aus. Mano. Mach' du nochmal an, deine Sachen. Bringt dich das irgendwie weiter? Nein, fuck, 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 fuck. Tot. Oh. Oh, nee. Ich hab' die... ...die... ...die Sponges verloren. Oh, nein. Kacke. Egal. Ah, jetzt ist das... ...das Feuer aus. Jetzt versuch' ich mal an die Kiste zu kommen. Da ist ein Sponge drin. Und, ähm... Ich komm' hier aber irgendwie nicht wirklich weiter. Aber ich muss das anmachen. Also, bei mir wechseln sich da die Steinchen ab. Und ich muss hier einfach durchlaufen. Ja, ja, ich bin durch, ich bin durch. Fuck. Die Brenner, 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 Brenner. Nein. Ich seh' immer, wie dein Name so langsam runtersinkt und dann tot ist. Ups. Ich bin drüber. Drüber. Drüber bin ich. So'n Scheiß. Ich bin auch viel zu blöd dafür. Ist das so'n Jump'n'Run-Ding, was du da hast? Ja, fuck. Macht mich kirre. Hier schon mal ein kleiner Ausblick in den nächsten Raum. Ich seh' ja nix. Sollen wir die Räume vielleicht wechseln? Einen Versuch noch. Einen Versuch noch, okay. Warum geh' ich denn in Flamme auf? Ich stand doch auf dem Ding drauf. Kacke. Möchtest du sein zu doof? Ja, der Raum hier ist leichter. Scheiße, von wegen, jetzt sterbe ich. Warte, ich droffe schnell den... Nein, nein. Aber der Sponge ist gerettet, der ist noch... Ähm. Ich hab' ihn. Ja, genau. Wollte ich grad sagen. Der liegt da noch. Da fuck, was ist denn bei dir los? Das ist... Du musst einfach nur langlaufen. Die Maschine einmal aktivieren und dann langlaufen. Dann nehm' ich mal hier den rechten Weg. Ah, guck mal da. Das brennt. Kann ich da einfach durch das Feuer durch? Nee, du musst warten, bis das aus ist. Geh auf. Das ist ganz schön schwer. Da ist dein's ja Pipifax. Ja, ist es auch. Boah, krass, ist das schwer. Ey, das ist ja... Das ist ja voll schwer. Verdammt. Ich hasse so Jump'n'Run-Kreise. Nein! Wir scheitern schon hier gerade am ersten Bau. Das ist echt so ein bisschen bitter. Das ist ein bisschen schwerer. Na? Wie soll ich... Wie soll man das denn machen? Hey, willst du mich verarschen? Das kann man gar nicht. Weil die beide gleichzeitig... Oder man muss sich beeilen. Ah, kacke. Lalalala. Die Tür ist zu. Spring doch einfach springen. Einfach scheiße. Die Tür ist zu. Ich weiß. Ich muss wahrscheinlich erst mal durchkommen. Wo geht's denn hier hoch? Nee, hier ist die Tür zu, meine ich. Im Anfangsraum? Nee. Nee, hier in dem Raum, wo man durchrennen muss. Ja, das... Ich muss erst mal den Hebel hinten aktivieren. Ey, wie soll man da denn? Aber ich war da noch gar nicht hinten. Ich komm da nicht hoch! Fuck, ey, das geht das doch nicht. So eine Scheiße. Das ist voll schwer. Ach, ich weiß, was ich falsch mache. Man muss direkt auf das hintere springen, wahrscheinlich. Das geht auch gar nicht. Ich glaub, mit Rennen und Springen geht das. Ja, klar, jetzt. Ja, toll, ich sterbe. Ich hab beim ersten schon verkackt. Meine Güte, der erste Raum, ey. Wie hast du hier die Tür aufgemacht? Kann man nicht aufmachen. Du musst warten, bis ich hinten den Hebel aktiviere. Ach so. Hm. Ey. Das ist ja voll der schwere Raum schon, direkt am Anfang. Oder man kann einfach in der Mitte stehen bleiben. Was meinst du? Meinst du, es klappt? Nee, das hab ich probiert. Ja, geht nicht. Wie soll man da denn rüberkommen? Hallo? Das kann doch nicht sein. Bin ich denn so doof? Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Ich, 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 ähm, ich bin, na, 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 na. Das kann doch nicht wahr sein. Ich brenne da einfach mal vor mich hin. Ich guck dir jetzt mal zu, wie du das da durchschaffst. Gar nicht. Fuck. Oder ich muss dir helfen, warte mal. Wie denn? Ah, die bleiben stehen. Wie bleiben die stehen? Ach so, wenn du den an- und ausmachst, ja. Ja, genau. Ja, Moment, spring mal drauf. So, jetzt mach ich den an. Achtung. Ja, super. Toll. Man muss ein bisschen warten. Ich versuch's nochmal so. Oh, fuck, ich bin zu weit gesprungen. Toll, jetzt steck ich auch noch den Boden fest. Steck in der Fackel fest. Hier musste ich jetzt mal gerade abreißen. Ich stecke fest, was soll das? Jetzt muss ich das mal gerade abreißen, hier. Das ist ja blöd, wenn man hier in einem Block spawnen kann. So. Hier, Fackel schmeiß ich mal wieder weg. Hey, du hast es geschafft. Nein. Nein. Ich hab's bis zum zweiten Block geschafft. Und ich hab ne Fackel aufgenommen. Kacke. Kacke. Wir krepieren hier gerade am... Das wird definitiv ne längere Folge. Oder mehrere Folgen. So was Doofes. Oh, Scheiß. So, pass auf. Ich aktivier den und du musst dann noch nicht gleich springen, sondern erst später, okay? Ja, mach mal. Nein. Wie soll man das denn schaffen? Das geht gar nicht. Oh, verdammt. Du brennst. Erster Scheißraum. Und wir krepieren hier schon. Pass auf, ich mach das jetzt einfach so. Ich geh jetzt einfach so hin und mach das so. Oh, vater. Hilfst du, Sau. Ich bin drüben. Du bist drüben. Wow. Pass auf, dann muss ich das jetzt nur noch hier schaffen. Sollte kein Problem sein, eigentlich. Ich brenne derweil noch ein bisschen. Hör auf zu brennen, Mann. Danke. So. Ah, Türen sind offen. Juhu, wir haben's geschafft. Did I tell you that I love music? Was haben wir hier? Did I tell you that I love train rides? Steht bei mir. Ich höre Musik. Was? Ich höre ja die normale Minecraft Musik. Warte. Ich mach die mal ein bisschen leiser. Ich setz mich mal rein und drücke den Knöpfe.